Willkommen zur diesjährigen Ausgabe. Wenn ich mir dieses Abfahrtsrennen so ansehe, fällt mir nur eins ein. Wow. Einfach nur wow. Statt leben, statt beben. Um hier zu gewinnen, muss man die Kontrolle haben, aber gleichzeitig außer Kontrolle, sondern ich kann es kaum erwarten. Es geht um sich. Soll ich jetzt mal wieder rücken. Soll ich schon das ein Schuss machen? Soll ich es Ihnen hier? Oh ja. Soll ich jetzt mal wieder und zum Schluchten kommen, gleich die Nachrichten mit einem Schluchten, Also, ich hatte kein Schuss, damit ich werde. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Sehr stark und sehr sauber ausgeführt, sage ich dir. Die Fahrt hat mich mächtig begeistert.